so ich glaube ich suche mir jetzt eine Dingens ich suche mir jetzt eine Klippe zum runterspringen das heißt erstmal dass ich nein halt stopp ich kann gar keine Klippe ich muss erstmal ein ganzes Zeug los werden damit deprimieren würde ich das alles verlieren oh mein gosh soll ich Holzbalk reinziehen in das Haus Holzbalk reinziehen wie viel so in den Boden so wie bei den anderen bei dem anderen Haus ich habe keine Ahnung vielleicht hier wird es gerade wieder dunkel so das ist auf jeden Fall so ich rase nochmal gerade zur Kiste zur Truhe hinten drüber ich meine nämlich da wäre noch 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 ja jo klar schon weg 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 so erster stock ist schon fertig weg 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 mir fehlt gerade ein ich hatte sonst den crafting tisch immer im boden aber da ist dann ja jetzt eine andere holzfarbe als der boden ist egal so das heißt ich muss jetzt erstmal kann ich meine eigentlich steuern du kriegst den sattel auch nicht mehr runter wenn du die tötest gehen die in der regel auch weg die sattel dinge ich glaube zehn prozent chance dass du mit der christ das war wie gesagt eine berglandschaft finden sonst gibt es sowieso keinen da wo ich jetzt natürlich nicht angedacht habe ist dass ich kein essen oder dass ich am essen verrecke weil dieser dumme dschungel unglaublich viel zum sprengen bewegt auch die dunklen können jetzt auch mal aufhören so an sich hier sind noch Berge ja Berge Bergchen doch schon Berge du hast aber den ganzen Grauf auf niedrig gestellt ne Sicht weiter anscheinend oder ja auf zehn halt also musst du ja gucken wie du das bei dir eingestellt hast da sieht man das dann Optionen dann Grafikeinstellung schön schnell schön aber lieber schön die und um dann herr Weit, normal, gering, winzig, weit... Achso, ok... Normal... Ok... Whatever... So, jetzt muss ich noch einen Schwein finden... ...auf einen Berg... Tja, dann suchen wir... Das ist ja gar nicht mehr... Ok, dieser Berg hat schon noch keinen Schwein... Da unten ist ein Lava-Becken... Alles nicht wirklich hilfreich... Insbesondere, weil ich jetzt hier die ganze Zeit am Sprengen bin... Verwecken, Junge... Aber dazu schon... Wir haben Hunger... Ah, cool... Hallo, Schweine dieser Welt... Wo seid ihr? Ja... Da hat er geschrien... Richtig... Hier, Schweine... Ach, wie gut... Bewege dich... Fühle dich bewegt... Mein Gott... Dieses Schwein... Ich will doch einmal was ein Schwein gerne machen... Na Klippe runterfallen... Los! Schweine, die rumstehen, sind ja ganz cool und so... Nein... Das Schwein hat das mit dem Runterspringen noch nicht ganz verstanden... Wie machen wir... Ah, okay... Ach... Die Sicht auf einen... Schwein... Wenn du Sau jetzt da wieder runterfällst, ne? Bist du dumm... Schwein, du bist dumm... Guck mal, wie weit ich mit meinem hellen Holz komme, um den Thron zu basteln... Ich hab nämlich zwei Stockwerke fertig... Aber... Ich glaube, dass ich überhaupt quasi keine... Ja... 15 Kisten... Zu Schwein... Jetzt spring doch ne Klippe runter... Das gibt's auch gar nicht... Mach schon... Jawoll... Das Schwein ist zwar gerade dabei verreckt... Aber ich hab das Achievement bekommen... Und... Den Sattel nicht wieder... Erfolge... Ich glaub... Das hab ich auch noch nicht... Darunter... Nö, hab ich noch nicht... Egal... Hab ich das jetzt... Der Berg sieht merkwürdig aus... Na gut... Ich komm mal wieder zurück, denke ich mal... Ansonsten geh ich am Hunger ein... Aber eigentlich... Na ja, wenn ich jetzt verrecke, verliere ich mein Level... Das ist natürlich ungünstig... Kann gar nicht laufen, weil ich nicht genug Nahrung hab... Okay... Ich werd mich ganz langsam wieder zurückbewegen... Ich hoffe das jetzt jetzt überhaupt die richtige Richtung ist... Und wir haben jetzt absolut keine Holze mehr, ne? Das ist auch cool... Hm... Hm... Schön... Aber... Das regt... Zum Verlaufen an hier... Wobei da vorne ist der Dschungel... Oder... Formulieren wir's lieber so... Da vorne ist ein Dschungel... Das hört sich zu... Mein Dschungel... Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es mein Dschungel ist... Aua... So... So... Schafe... So... Hier durch... Oh mein Gott... Oh mein Gott... Auch nicht komm ich jetzt gleich wieder im Dorf hinten raus... Aber wenn ich dann... Hey, ich hab ein... Setzleben gefunden... Teuer... Schau... Das Gefühl mehr als die Hälfte an Leben kann man nicht durch Hunger verlieren... Jetzt kommt mir das nur zuvor... Ähm... Aber ich würd sagen, ich mach erstmal jetzt Essenspause... Äh... Du ne... Wahrscheinlich auch irgendwie, ne? Ähm... Ja... Wird noch kommen... Schätz' ich mal... Ja, aber dass wir dann jetzt erstmal ne... Pause machen... Ja... Gut... Dann machen wir jetzt erstmal ne Pause... Und sehen beim nächsten Mal... Wie ich wieder zum Dorf wieder finde... Oder auch nicht... Und wie ich dann das Lagerhaus fertig baue... Richtig... Gut... Was auch schon im Gang ist... Dann... Bis zum nächsten... Jo...